Das große Ganze ist immer eine Summe aus vielen Teilen. Für Gebäudearchitektur trifft das natürlich immer zu. Oft ist es eine Kunst, Gebäude zu errichten oder zu erhalten. Somit soll nach Ansicht Naumburger Vereine Kunst und Architektur zusammengeführt werden. Das Architektur- und Umwelthaus hat mit mir seit vier Jahren an einem Projekt gearbeitet, das die Naumburger Kernfusion heißt und was sich tatsächlich auch als Hausnummer mitstehen war, auch schon zusammen erarbeitet wurde. Es schließt sich ein bisschen an die Funktionen des Naumburger Architektur- und Umwelthaus, also sich um Umwelt, um Gemeinschaft, um Community, der Naumburger Bürgerverein. Wahnsinnsgeschichte, hat mich total beeindruckt, wie da die Kräfte zusammenkommen einerseits. Und dann natürlich auch Naumburger Lokalgeschichte ist ja hier verankert, da passt das alles zusammen. Und da stolpert man natürlich irgendwann über das Kirschfest und die Kirschgeschichte. Und da ich seit vielen, vielen Jahren sehr viel auch mit Silhouetten arbeite, große Wandbilder mache, das ist eigentlich das, was ich meistens tue, oder Objekte, irgendwann läuft man in diese Silhouetten von Walter Hege rein, die die Kursitengeschichte illustriert haben. Und so einen Zusammenfall findet man selten. Und darauf musste ich sozusagen abheben, um das irgendwie zusammenzubringen. So entstand ein Relief, das eine Geschichte Naumburgs erzählt. Im Innenhof des Hauses ist dieses Teil eines Geländers des Gründachs und wurde am 17. Oktober der ersten Öffentlichkeit präsentiert. Die Jusitengeschichte ist ja nicht passiert. Das ist eine erfundene Geschichte, die aber ganz stark für die Identität ist hier. Und da dachte ich mir, da schreibe ich doch mal eine Vorgeschichte dazu. Und aus der heraus sind diese Illustrationen da oben entstanden. Würde ich jetzt ganz flach als Illustrationen bezeichnen. Das ist die Geschichte, die da hinführt. Und in der geht es nicht um Kirschen, sondern um Kirschkerne. Daher auch der Begriff der Naumburger Kernfusion, wunderbarer Begriff von wie Energie zustande kommt, wenn viele Dinge zusammenkommen. Ein Kirschkern ist der Aussaat von neuen Baum. Und ein Objekt, das quasi in der Geschichte auftaucht, nämlich der Kernschwarm, das Zusammenfügen von vielen Kirschkernen, das wird dann als reales Objekt, das sind wir ja gerade dabei, und das erste Teil hängt auch schon hier im Durchgang durch Schwärmen sozusagen unter der Decke. Geschätzte 5 Millionen Kirschkerne werden bei dieser viele Meter langen Installation den Schwarm ergeben. Bevor man die Kerne hat, müssen natürlich entsprechend viele Kirschen geerntet und auch gegessen werden. Das war ein langer Prozess, den wir zusammen durchgegangen sind, was auch wirklich ein seltener Glücksfall ist. Von dem Zusammenkommen, da gab es dann hier in diesem Nietzsche-Haus mal einen Workshop über drei Tage, da waren Spezialisten hier, die zu umweltgerechten Bauen referiert haben. Also das ist wirklich ein sehr ausführlicher, gemeinsamer Prozess, wie man es sich echt nur wünschen kann. Und insgesamt haben wir daran vier Jahre gearbeitet. In circa zwei Wochen soll der Kernschwarm installiert sein. Ein Alleinstellungsmerkmal, denn so etwas gibt es sicherlich nur hier. Der Grundgedanke wird auf diese Weise vervollständigt dargestellt. Das ist eine Dauerinstallation, das gehört zum Haus, genau. Das hat was mit der Identität des Hauses zu tun. Man könnte auch sagen, es ist eine Art erweitertes Logo oder sowas. Die haben auch schon eine ganze Reihe an Workshops gemacht, wo es dann um Schattenrisse ging zum Beispiel. Da kann man mit Jugendlichen viel dazu machen oder auch mit diesen Kirschkernen haben sie einiges gearbeitet. Also das ist eine Sache, die ich so ein bisschen freilasse, sage ich mal, auch diese Geschichte, mit der kann man Sachen machen. Wie man solche Sachen macht, aus Sicht des Künstlers Hendrik Schraat, veranschaulichte er anschließend bei einem Vortrag. Der Weg von der Ideenfindung bis zur Umsetzung dieses Projektes. Seine Intentionen, die Umsetzung eben so anzugehen. Natürlich macht das Haus jede Menge Dinge in der Erwachsenenbildung mit Jugendlichen zusammen, wo es um Architektur und urbanes Denken geht. Wichtig ist den Betreibern des Hauses, dass die Aktionen insgesamt nicht von oben, sondern von unten entwickelt werden. Zwar durch Futtermittel teilweise mitgetragen, aber durch Naumburger, wie dem Naumburger Bürgerverein, angeschoben und mitgestaltet. Das Architektur- und Umwelthaus soll sich zu einer Begegnungsstätte, Kunstwerkstatt, Informationszentrum und außerschulischem Lernort entwickeln. Das Architektur- und Umwelthaus soll sich zu einer Begegnungsstätte, Kunstwerkstatt und Umwelthaus soll sich zu einer Begegnungsstätte,